In diesem Video möchte ich dir ein paar Text Game Tipps an die Hand geben, die aus einer praktischen Anwendung in meiner School Community, in der Flirt Empire School Community, entstanden sind. Warum? Wir haben dort einen Member und der hat dort Screenshots hochgeladen und anhand dieser Screenshots möchte ich dir heute ein paar Tipps an die Hand geben, was du besser machen kannst in deinem Text Game. Mein Name ist Marco, ich bin der Gründer von Flirt Empire und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann geh mal auf flirtempire.com und trag dich dort für ein kostenloses Beratungsgespräch ein oder werde direkt Teil der School Community, auf der du auch deine eigenen Text Games posten kannst und dann auch, wie du in diesem Video sehen wirst, Nachrichten von mir persönlich vorgeschrieben bekommst. Du kannst dort auch deine Online-Dating-Profile posten, Feedback dazu bekommen und ganz viel mehr. Schau es dir einfach mal an, geh auf flirtempire.com und werd am besten Teil der Community. Es geht hier um ein Text Game von Alexander und Alexander gibt ein bisschen Kontext, das ist auch Aufgabe in der Community, dass man ein bisschen Kontext gibt, damit jeder weiß, worum es geht. Er sagt, bisher nur dreimal hin und her geschrieben, Antwortfrequenz war bei ihr in den ersten beiden Malen direkt am Tag darauf. Für meine Nachrichten, sie ist Screenshot, hat sie zwei Tage später geantwortet. Ich stehe null auf Action- oder Activity-Dates, ich mag es chillig, zum Beispiel Ausstellungsbesuch oder Spazieren, weil ich so am besten connecten und den Menschen kennenlernen kann. Hat mir selbst ein Ei gelegt, was sie lieber mag. Warum schreibt er das? Nun, wenn wir mal in den Screenshot reingehen, den er gepostet hat und seine Nachricht anschauen, dann sehen wir, dass er hier auf Englisch geschrieben hat. Ich hoffe, du kannst Englisch, wenn nicht, dann sollst du nicht flirten lernen, sondern Englisch. By the way, I have vacation now for two weeks, I stay in Munich, so we can meet up if you want from this Thursday or weekend, try to know each other and look in how we vibe. Da sind ein paar Fehler drin, aber ist okay jetzt. Are you a girl who prefers Activity or relaxed dates? Also es geht hier um die Frage, bist du ein Mädchen, das eher Aktivität auf Dates oder eher relaxed, entspannte Dates mag. Und um diese Kernfrage geht es und hier ist schon der erste Tipp. Wenn du auf entspanntere Dates stehst, dann biete nicht Action-Dates an. Und hier muss man auch sagen, er sagt, er mag chilligere Dates, zum Beispiel einen Ausstellungsbesuch. Ein Ausstellungsbesuch wäre für mich schon ein Action-Date. Das wäre für mich schon, ich muss rausgehen, ich muss mich fertig machen, ich muss mich schick machen, wir gehen raus, wir gehen auf eine Ausstellung, am Ende sind dann noch andere Leute, man agiert socially mit anderen. Das ist für mich schon Activity. Was er jetzt wahrscheinlich meinte mit, magst du lieber Activity-Dates oder Relax-Dates, dass Activity-Dates Sport-Dates sind oder zumindest mal körperlich betätigende Dates. Warum hat er das überhaupt angesprochen? Nun, wenn wir uns mal ihr Profil anschauen, dann sehen wir, dass sie dort extrem viele Smileys mit sportlichen Aktivitäten drin hat. Hier bouldern, Tennis, Schnorcheln, Skifahren, Snowboarden, Paragliding oder Fallschirmspringen, Golfen, Reiten, Surfen, Fahrradfahren, alles mögliche an Sportaktivitäten. Und da liegt es nahe, halt einfach mal nachzufragen, was sie denn persönlich gerne macht auf Dates. Sie hat auch hier bei Interessen Go-Kart fahren, Tennis, Snowboarden, Radfahren, bouldern. Das sind alles irgendwie sportliche Aktivitäten. Und da liegt es nahe, auch so eine Frage zu stellen. Aber ich hätte hier zum Beispiel etwas gemacht, was meine Präferenz in den Vordergrund rückt. Wenn ich jetzt nicht so sehr darauf stehe, auf Dates irgendwie Go-Kart zu fahren, Tennis zu spielen, Snowboarden, Radfahren, bouldern, sondern lieber eher zu Hause mit ihr auf der Couch chillen möchte, einen Film gucken möchte, dann hätte ich sie ein bisschen damit aufgezogen, hätte gesagt, Hey, sag mal, gehst du immer nur auf erste Dates, auf denen du Go-Kart fahren gehst oder Tennis spielst? Oder kann man mit dir auch mal was Chilliges unternehmen? Also praktisch ihr Ding ansprechen, sagen, hey, ich sehe, dass du gerne Aktivitäten magst, aber kann man mit dir auch andere Dinge machen, außer das? Ja, also praktisch mit so einer Frage reinkommen, statt zu sagen, stehst du eher auf Activity Dates oder eher auf Relax Dates? Weil damit hast du sie ein bisschen provoziert, zu sagen, hey, nö, mit mir kann man auch chillige Sachen machen. Und dann kannst du sagen, hey, cool, dann lass uns das doch machen. Hier in dem Fall hat er auch sehr gut erkannt, muss ich ihm auch lassen. Hat er sich selbst ein Ei gelegt, sagt er, ich würde sagen, er hat sich ein Bein gestellt selbst, zu fragen, was sie denn lieber mag. Jetzt ist es so, wenn wir uns das Textgame weiter anschauen, da sind ein paar Parts, die jetzt uninteressant sind, aber auf die Frage bezogen, sagt sie great idea, also nach dem Motto from this Thursday or weekend, try to know each other and looking how we vibe, so nach dem Motto, lass uns treffen am Donnerstag oder am Wochenende, einfach um zu schauen, uns kennenzulernen und zu schauen, ob wir miteinander viben. Und dann hat er ja gefragt, stehst du eher auf Aktivitätsdates oder eher auf chillige Dates? Und sie sagt, I am the one who loves activity and you. Jetzt ist er natürlich im Zugzwang. Ein Zugzwang deshalb, weil sie sagt, ich mag Aktivität. Und Frauen in der Regel werden das fast immer sagen, weil alle Frauen lieben es, auf aktive Dates zu gehen. Aktive Dates können schon sein, draußen spazieren gehen und sich irgendwo hinsetzen, können schon sein, auf eine Ausstellung gehen, ins Museum, können schon sein, ins Kino zu gehen, weil das eine Aktivität ist. Es ist mehr als einfach nur, in Anführungszeichen, zu chillen. Und deshalb sagt sie auch Aktivität nur, ich glaube, dass hier ein Missverständnis vorliegt, was er mit seinem Wording halt auch provoziert hat. Und zwar, dass hier Aktivität von ihm mit sportlichen Dates gleichgestellt wird, weil er einfach das Wort Activity Dates genommen hat, um ihre ganzen sportlichen Smileys damit abzudecken. Er hat vorgeschlagen, und das ist auch eine Aufgabe, wenn du so ein Textgame postest, ist, dass du selbst auch was formulierst, damit du erstmal dir Gedanken machst, was du überhaupt selbst schreiben würdest in diesem Fall. Und damit wir, beziehungsweise ich, sehen kann, in welche Richtung du gerne gehen würdest mit deinem Text einfach, damit ich da eine perfekte Nachricht daraus machen kann oder halt eben was ganz anderes schreiben kann, wenn mir die Richtung nicht passt. Also, er sagt als Textvorschlag, So, und er hat gefragt noch, Formulierung und Smileys okay, direkt Uhrzeit und Ort ausmachen oder erstmal gucken, wie sie reagiert. Mehrere Sachen, ich habe ihm dazu ein bisschen was geschrieben. Erstmal danke für den Background zum Textgame, hast du gut geschrieben bisher. Ausstellung ist, by the way, auch Activity im Vergleich zu Zuhause, Couch und Film. Nur, dass man das mal so ein bisschen einordnen kann, weil Relaxed Dates klingt wirklich nach Zuhause und Filmschauen. Das wäre für mich jetzt persönlich Relaxed. Activity kann auch wirklich eine Ausstellung sein, wie gesagt schon. So, ich habe das jetzt ein bisschen verändert, weil sein erster Satz, I actually prefer Relaxed Dates, mir persönlich zu einschränkend ist. Er stellt sich da in die Schublade, ich mag eigentlich fast nur, also ich präferiere, ich mag mehr Relaxed Dates, aber das klingt so nach dem Motto, ich mag keine Activity Dates eigentlich. Das framet das Ganze komplett konträr zu ihr. Die sagt, ich bin eigentlich diejenige, die Aktivität mag. Und er sagt, ja, aber ich mag eigentlich gar keine Aktivität auf Dates. Wie soll sie das von vornherein so einordnen überhaupt, für sich zu sagen, ja, okay, dieser Typ passt zu mir. Weil er sagt, er mag Relaxed Dates und ich mag eher Activity Dates. Das passt ja gar nicht zueinander. Und deshalb tue ich darauf Antworten nach dem Motto, weil sie stellt ja die Frage zurück, so wie er denn dazu steht, antworte ich halt eben, I really like both. For the first date though, I'd prefer something more relaxed instead of sports, for example. That way we can get to know each other better at the beginning. And if we vibe, we will easily come up with a fun activity idea for our second date. How about Sunday starting somewhere from 15 o'clock? Okay. Sind jetzt mehrere Sachen, die ich hier abgeändert habe, zu seiner Idee und ein paar Sachen, die ich übernommen habe. Ich habe gesagt, I really like both. Ich mag Activity Dates und Relaxed Dates. Das zeigt, hey, ich mag vor allem auch Relaxed Dates. Ja, ich bin nicht nur ein Typ, der Aktivität mag, aber du kannst mit mir auch auf Aktivitätsdates gehen. Aber, und hier großes Aber, for the first date though, I'd prefer something more relaxed. Für das erste Date würde ich eher etwas Entspannteres bevorzugen, anstelle von Sport, for example, zum Beispiel. Ja, weil hier habe ich das Ganze genommen und ein bisschen besser definiert. Ich habe Activity Dates jetzt zu Sport Dates gemacht und die für das erste Date ausgeschlossen. Das bedeutet, auf dem ersten Date werden wir nicht irgendwie Fallschirmspringen machen oder Tennis spielen oder Go-Kart fahren oder, oder, oder. Was ich cool fände, ich persönlich jetzt, aber eher nicht. Und das ist auch vollkommen fein, aber ich schließe es aus. Ich sage, hey, für das erste Date will ich keine Aktivitätsdates machen, weil so kann ich dich besser kennenlernen. Oder wir, noch besser, wir können uns so besser kennenlernen. So habe ich es auch geschrieben am Anfang. We can get to know each other better at the beginning. Das klingt schön. Da rede ich von we, wir können, ja. Und das solltest du auch als Formulierung nehmen, weil damit sie den Vorteil darin sieht. Wenn du sagst, ich kann dich besser kennenlernen, wenn wir auf ein chilligeres Date gehen, denkt sie sich, ja, und was kann ich? Wenn du aber sagst, hey, wir können uns besser kennenlernen, dann denkt sie sich, ja, ich kann dich dadurch auch besser kennenlernen. Es ist einfach diese kleine, feine Formulierung, ein bisschen NLP mit eingebaut, weil es einfach flüssiger runtergeht bei ihr und sie dadurch auch den Vorteil darin sieht, auf ein entspannteres Date zu gehen. Du musst ja das entspanntere Date, wenn du auf ein entspannteres Date möchtest, auch verkaufen. Und das tust du, indem du Wir-Formulierungen, zum Beispiel hier anstelle von Ich-Formulierungen nimmst. Und dann, um das Ganze aber wieder in ihre Richtung Aktivitätsdates zu lenken, habe ich geschrieben, wenn wir vibe, we will easily come up with a fun activity idea for our second date. Also wenn wir miteinander viben, kommen wir wirklich einfach auf eine coole Idee, die wir machen können mit Aktivität für unser zweites Date. Das stellt schon mal dich hin als ein Mann, der ein bisschen Anspruch hat, weil du sehen möchtest, ob ihr miteinander vibet. Das heißt, sie wird sich anstrengen müssen, um überhaupt auf ein zweites Date eingeladen zu werden von dir und wird sich Mühe geben müssen, damit ihr vibet. Und wenn ihr nicht vibet, wird es auch kein zweites Date geben. Dann war das erste Date sehr relaxed, sehr entspannt, aber kein zweites Date. Das ist diese Aussage. Und das stellt dich als Mann mit Prinzipien hin, der sagt, hey, wenn wir viben, dann gibt es ein zweites Date erst. Und zweitens wird das zweite Date auch dann ein Aktivitätsdate, so wie du es gerne hättest, sein. Auf dem ersten Date, ich bin der Mann, ich führe, ich lade ein, ich schlage vor, mache mir was Entspannteres. Auf dem zweiten Date komme ich dir entgegen und wir machen etwas mehr Aktivität, weil da kennen wir uns ja auch schon ein bisschen besser. Und da macht das auch mehr Sinn, dann etwas mit mehr Aktivität zu machen, wo wir vielleicht gar nicht so viel miteinander reden müssen, wie zum Beispiel Go-Kart fahren oder Tennis spielen. Beim Tennis kann man sich beim Seitenwechsel auch immer unterhalten, falls du Tennis spielst, falls du nicht Tennis spielst, Tennis sowieso kein Ding. Radfahren, Radtour oder Snowboarden, Skifahren, jetzt im Winter, auch eine mega nice Idee, wenn du das machst als Aktivitätsmensch. Wenn du halt ein chilliger Typ bist, der nur auf der Couch rumhockt und den man für so etwas nicht begeistern kann, dann hast du halt ein Problem. Dann bist du halt ein Mann, den man als Frau nicht auf Aktivitätsdates mitnehmen kann und du scheiterst dort, weil du ihre Anforderungen nicht erfüllst und ihre Anforderung ist hier ganz klar Aktivitätsdates. Ihr ganzes Profil ist voll mit Aktivität. Das heißt, wenn du diese Frau zu deiner Freundin machen möchtest, dann sollst du schauen, dass du auch ein aktiver Mann bist, mit dem man halt auch wirklich sportliche Sachen machen kann. Und deshalb dieser ganze Satz, der das dann auch ihr verkauft und für die Zukunft dann auch verspricht, dass du auch zeigst, dass du sie siehst. Und das gibt ihr ein sehr, sehr gutes Gefühl, einfach gesehen zu werden und vor allem auch, dass du auf ihre Wünsche eingehst, aber auch, dass du halt eben auch deine eigenen hast und die auch ordentlich durchsetzen kannst. Und dann mein letzter Satz als Finale. Er hat geschrieben, how about Sunday? Ich wollte das ein bisschen klarifizieren, weil ein Date ist ein Ort und eine Uhrzeit. Ort, dafür habe ich hier zu wenige Infos im gesamten Chatverlauf und dem, was er mir gegeben hat. Das heißt, ich kann nicht wirklich hier einen Ort vorgeben. Ich weiß weder aus welcher Stadt die beiden sind. Ich weiß überhaupt nicht, wie nah die beieinander wohnen. Also dazu kann ich jetzt hier nicht wirklich Infos geben. Tipp an dich, falls du bald in der Community bist, schreib gerne ein paar Notizen zur Logistik noch dazu. Wie weit seid ihr voneinander entfernt? Wo wären mögliche Date-Orte, falls du sie treffen möchtest? Deshalb habe ich das ein bisschen besser definiert. How about Sunday starting somewhere from 15 o'clock? Also wie sieht es aus am Samstag irgendwann ab 15 Uhr? Einfach um zu schauen, hey, wie sieht es da in diesem Zeitblock bei ihr aus? 15 Uhr ist auch entspannt mittags. Es ist nicht zu spät abends. Bei der Montag muss sie vielleicht wieder arbeiten. Das heißt, um 18 Uhr Sonntagstreffen ist halt vielleicht ein bisschen spät und es passt ihr nicht, weil sie um 20 Uhr ins Bett muss oder so. 15 Uhr ist entspannt. Da wäre noch genug Zeit, um zu lane. Genug Zeit, um zwei, drei Stunden vorher Aktivität zu haben und danach noch zwei, drei Stunden zu lane. Dann ist 20 Uhr, dann kann sie ins Bett, alles fein. Das wäre, wenn sie arbeiten würde am Montag. Wenn nicht, noch mehr Zeit, um mit ihr gemeinsam abends noch einen Film zu schauen etc. Also wirklich ein ausgedehntes Date zu führen. Und das wäre hier absolut möglich. Von daher habe ich einfach 15 Uhr vorgeschlagen und sonntags wird sie wahrscheinlich auch nicht arbeiten. Deshalb einfach diese Uhrzeit. Aber um einfach zu schauen, zeitlich passt es ihr. Da würde ich einfach schauen, wie sie dann reagiert, ob sie generell sagt, dass sie da Zeit hat und dann würde ich die weitere Logistik bezüglich des Treffpunktes des Ortes ausmachen und dann noch ein paar Worte dazu schreiben, was ich dann auch mit ihr vorhabe, damit ich ihr so ein bisschen Future Pace einfach ein paar Bilder in den Kopf zauberen, was dann auf diesem Date auch passieren wird, zumindest für die ersten ein, zwei Stunden. Und den Rest erzähle ich ihr dann bei dem Date und führe sie dann Step by Step in Baby Steps irgendwo hin, wo ich mit ihr machen kann, was ich will. Beziehungsweise der Klient hier hoffentlich dann auch. Und das muss man dann auf dem Date individuell schauen, was man dann genau machen möchte. Das will ich hier für YouTube auch nichts vorwegnehmen. Aber hier hast du jetzt wirklich mal einen kleinen Überblick gesehen, wie das funktioniert in der Flirt Empire School Community. Falls du gerne auch so etwas für dich haben möchtest und mal deine Textgames posten möchtest, da eine kleine Optimierung haben möchtest für deine Texte, dann lade ich dich hier mit herzlich ein. Komm gerne in die Flirt Empire School Community und lass uns zusammen an deinem Textgame und auch an anderen Dingen, die Flirt und Dating relevant sind, arbeiten. Dort gebe ich auch Tipps zu Styling, dort kannst du auch Bilder von dir reinposten von deinen verschiedenen Styles. Ich zeige, wo ich meine Klamotten kaufe mit Links. Ich kriege super oft unter meinen Videos einfach Fragen, woher hast du die Brille, woher hast du den Sakko, woher hast du dies, woher hast du das. All diese Links poste ich in der Flirt Empire School Community. Dort bekommst du auch eine Styleberatung zu deinem eigenen Style und vieles, vieles, vieles mehr. In diesem Sinne, danke ich dir fürs Zuschauen. Ich lege dir wirklich ans Herz, komm in die Community und ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Das war's für dieses Video und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten. Bis dann. Peace.